Hi, willkommen wieder zum neuen Shop der Woche. Der erste Blick auf der Hauptseite von Minecraft will reden uns. Der Shop hat was Neues bekommen und vielleicht hat der eine oder andere es auch mitbekommen. Vielleicht guckt der ja auch so ein paar Kino-Trailer immer wieder hin und her. Und zwar die Eiskönigin kommt ja bald ins Kino und Minecraft macht mit denen wohl wieder eine Kooperation. Es wird schon mal angepriesen hier ganz oben im Shop, die Eiskönigin ein Paket. Selbst Minecraft macht wieder eine Kooperation mit denen und da gibt es dann ein ganzes Paket. Also für den Fan von der Eiskönigin jetzt zuschlagen, eine schöne große Welt gibt es dafür. Ne, man hat da schon so ein, hier auf einen der Bilder hier sieht man schon so ein bisschen die Kartengröße. Für 8 Euro sollte man nicht so viel immer erwarten, meistens schon da hinten diese Berge. Im Hintergrund, das ist dann schon meistens Map-Grenze. Aber um sich so ein paar Zehen nachzuspielen aus dem Film, kann man sich ja sowas gerne holen, wenn man möchte. Ne, wenn man so Fan davon ist. Naja, ansonsten bis auf natürlich von der Eiskönigin, was offiziell von Minecraft ist, gibt es eigentlich kaum was Vernünftiges, was ich euch jetzt hier so empfehlen kann. Gut, jetzt von den Paketen der Woche gibt es so ein Farben-Spiel, das sind so ein paar Minigames. Ja, kann man sich auch gerne holen, wenn man möchte. Unbedingt brauchen wir es nicht. Und auch die Woche haben wir wieder 39 weitere Skin-Pakete gekriegt. Ne, wer Lust hat oder wer wieder was Neues braucht, kann er sich jetzt hier wieder bedienen. Große Auswahl, geht so langsam schon in die Weihnachtszeit rein. Ein paar Paketen sollte man die Augen jetzt schon wieder langsam offen halten, aber zum größten Teil ist halt einfach nur Schrott dabei. Minecraft zieht auch jetzt Episoden ein, ne, das sind dann so, sag ich mal, Pakete, die du dir nach und nach kaufen musst und weitere Missionen oder Geschichte, sag ich mal, von ein paar Märchenfiguren, die sie sich ausgedacht haben, hier so ein bisschen zu erzählen. Wer weiß, wohin das geht. Das erste Paket gibt es umsonst. Kann man sich runterladen, wenn man möchte. Und, sag ich mal hier, die erste Folge von Sam und Danny ein bisschen spielen. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ob Minecraft sowas braucht. Da gucken wir noch. So, wir werden wieder zu diesem Wochenshop. Nicht großartig, was viel mit dabei. Gut, die Eiskönigin, aber ansonsten müssen wir die Augen noch offen halten. Die Woche war für mich relativ sehr stressig, von daher kam heute, also kam die Woche nicht unbedingt ein Simpsons-Video. Dafür kommt aber nächste Woche was. Ich habe schon was vorbereitet, zum Aufnehmen zwar keine Zeit gehabt, aber zum Vorbereiten hat man immer ein bisschen Zeit. Von daher bedanke ich mich ansonsten fürs Zugucken. Wünsche dir sonst einen neuen Wochenstart, Wochenende, wie man sehen möchte. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.